Du bist ein Ich hab recherchiert, doch eins begreife ich nicht Wieso stürmst du in der Quali ständig rum wie ne Bitch Du denkst, du wärst mit deinem Battleshit der Beste Aber ich denk, dein Körper wehrt sich gegen deine Texte Wahrscheinlich hast du dir gedacht, du machst dir die Battles einfach In dem du mit deinem Gestöne in deiner Gegner vorher geheim hast Doch ich hab nochmal überlegt und dann auch gecheckt, was Sache ist Du wirst beim Aufsehen von Nightwarr 2 bis 8 in den Arsch gefickt Du musst ewig nach dir suchen, da ich dich nicht mal kenn Und dann find ich raus, Nightwarr ist sogar mein Fan Halt die Fresse, benehm dich, sonst werd ich dich nicht anerkennen Dann werd ich dich zum Nightwarr des Ducky-Fanclubs ernennen Nightwarr ist safe, einer, der überall Bilder von mir hängen hat Ein Packaufsteller, Lebensgröße, damit da wen zum Reden hat Ein Kuschel hier, das, wenn man es drückt, Lines von mir kickt Und ein Kiss mit meinem Gesicht, was auch wieder nekelhaft, da fickt Nightwarr, sag was geht denn da ab, bei dir ist das alles was du kannst Dann wird das wohl ziemlich einfach, hier Du bist so fucking wack, deine Lines sind schwach Du kommst nicht an mir vorbei mit deinem Staff Denn du bist wack und hast nicht mal eine Chance Ey, da geht der Boss, der dich sparscht, die jetzt box Digga, das Battle ist so einfach wie nie Denn ich schreib bei Bart und habe dann den Nightwarr besiegt Bis zum nächsten Mal